Oh nein, hier kommt noch ein Schädel aus. Und da. Und da sind zwei Dinge, die haben sich massakriert vor 70 Millionen Jahren. Der Abzug, der Protosseratops, das ist der... Der Vater, der Hauter, der hat alle Schichten drin. Und der weiß wie eine Butter, aber... ...und der weiß wie eine Butterfrau... ...und der hat so eine Sandbühne zugeweckt. Und dann, das finde ich nicht so schön. Ja, das wäre ja eben. Der ist ja noch nicht so. Hier wird es einmal... ...und der Hauter hat so eine Sandbühne zugeweckt. Und dann, das finde ich gut.